Die Tomatensuppe kann man natürlich auch in einer super schnellen, super geilen Version machen, wenn man mal keine Zeit hat und zwar einfach aus Dosentomaten und ich möchte hier mal eine Lanze brechen für Dosentomaten. Nämlich ist es so, dass die Tomaten, die wir hier im Supermarkt kaufen können, wie zum Beispiel diese hier, die werden, wenn sie gepflückt werden, werden die nämlich grün gepflückt, da sind die ganzen Vitamine, Mineralstoffe noch gar nicht ganz entwickelt. Das Tolle ist an Dosentomaten, nämlich die Dosentomaten werden nämlich komplett reif gepflückt. Das heißt, die werden reif gepflückt, werden dann komplett konserviert eingelegt, Vitamine bleiben bestehen und dann haben wir super geiles, gesundes, also eigentlich sind Dosentomaten, ich ziehe Dosentomaten immer den Tomaten vor, weil die wesentlich gesünder sind. Für die super schnelle Version der Tomatensuppe, die meiner Meinung nach auch wesentlich gesünder ist, brauchen wir eine kleinere Dose Tomaten, da sind insgesamt 400 Gramm drin, 240 Gramm Abtropfgewicht, ich nehme aber den Such, der da drin sitzt, den kann man mitnehmen, weil das sind einfach passierte Tomaten da drin. Dann brauchen wir Tomatenmark, eine Zehe Knoblauch, eine Zwiebel, 200 Milliliter Wasser und ein paar Gemürze wie Majoran, Oregano hier hinten, Pfeffer, Thymian, Gemüsebrühe und ein bisschen Vanillezucker. Für die super schnelle Tomatensuppe geben wir als erstes wieder ein bisschen Tomatenmark hier rein und dann kommt die Zwiebel und das Ganze wird dann so lange angebraten, bis es schön goldbraun ist. Wenn die Zwiebeln goldbraun sind, dann kommt die Dose Tomaten dazu, die Zehe Knoblauch, noch etwa Soasofasten, Esslöffel Tomatenmark und etwas Wasser, nämlich die 200 Milliliter in diesem Falle und das Ganze wird jetzt ungefähr 10 bis 15 Minuten gekocht. Wir sind nach der Kochzeit beim Würzen angelangt und zwar als erstes kommt hier ein Kaffeelöffel von dieser Gemüsebrühe rein. Nachsalzen müssen wir bei dieser Brühe, das war ja wehgetan, nicht, weil die relativ salzig ist. Dann kommt ein halber Kaffeelöffel Oregano rein, dann noch ein halber Kaffeelöffel Majoran und dann noch ein halber Kaffeelöffel Thymian und ein bisschen Pfeffer. Ich zeige das mal so von der Menge, das ist so ein Viertel vom Kaffeelöffel ungefähr. So und dann müssen wir eventuell nachsalzen und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist das Ganze zu pürieren. So und fertig ist die super schnelle, super geile Tomatensuppe.